Der erste Eindruck zu Greyzone Warfare und damit willkommen zu einem neuen Video und wir reden heute ein bisschen drüber und wie so der erste Eindruck ist von mir. Natürlich durfte ich das nicht spielen, leider, aber ich habe sehr vielen Leuten zugeschaut, wie die Greyzone Warfare spielen. Und ich habe auch gerade neben mir noch einen Stream im Laufe am Disk gemutet und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Es sieht ziemlich gut aus, aber es hat ein paar Probleme und darüber reden wir heute. Ich würde sagen, fangen wir mit den negativen Punkten an. Das sind nicht viele, tatsächlich. Der erste wäre, die 3D-Player-Modelle sehen ein bisschen steif aus. Ich glaube, das werden die fixen. Ich glaube, die werden dafür ein bisschen brauchen. Es ist nicht allzu schlimm, es sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, mein größter Kritikpunkt ist bei Greyzone Warfare, die Abiente-Sounds im Hintergrund, das ist einfach too much. Du hast da kaum 5000 Insekten, 20 Vögel, die die ganze Zeit irgendeine Scheiße labern und das ist einfach viel zu viel. Das müssen die runterdrehen. Du kannst, ich glaube, du hast keine ruhige Minute im Spiel und du hörst die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Das ist echt, das ist ein großer Abfuck. Und was auch ein Problem ist bei Greyzone Warfare ist, es gibt ja 3 Fraktionen und das Problem ist, alle 3 Fraktionen sehen gleich aus. Du hast äußerlich keine Unterschiede. Alle haben die gleiche Kleidung an. Du kannst ein bisschen variieren mit T-Shirts und langärmigen Kleidung, Rucksäcke, Helm, sehen anders aus. Aber im Endeffekt sehen alle gleich aus und das ist ein Problem. Das haben die Entwickler schon erkannt und die werden schon dann arbeiten. Das ist schon mal gut. Kommen wir zu den Sachen, die mit sind, also die so eher so nicht so schlimm und nicht so gut sind. Die Performance ist nur gut mit guter Hardware. Macht Sinn, ne? Also desto besser dein PC, desto besser läuft es. Aber ich habe auch schon gelesen, Leute mit RTX 3080 und was weiß ich, R7 5800X wie mein PC halt, läuft nicht so gut anscheinend. Aber es ist nicht so schlimm, es ist noch Pre-Alpha, von daher nehme ich das jetzt nicht so ernst. Und was auch nicht so gut ist, sind die Sound-Effekte. Neben Ambiente Sound, das ist natürlich richtig scheiße, aber ich meine so Schüsse, Schritte, das ist nicht gut. Da müssen die noch ein bisschen dran arbeiten. Die haben schon mal dran gearbeitet, die haben schon mal Schüsse überarbeitet, aber es geht noch besser. So, kommen wir zu den positiven Sachen, denn Greyzone Warfare macht sehr viel Positives tatsächlich. Die Grafik sieht super aus, wie ich finde. Also Unreal Engine 5 sieht einfach top aus. Die ganzen Hintergründe, die Berge, die ganzen Bäume, fantastisch, sehr gut. In-Game UI ist clean. Kann ich sagen, du hast nicht viel, du hast, ich glaube, nur einen Kompass oben. Oben links Status Anzeige und manchmal rechts so ein bisschen UI. Ansonsten hast du sehr wenig UI, das ist tatsächlich sehr gut. Was ich auch gut finde, ist die Spielerbewegungsgeschwindigkeit. Du bist nicht zu schnell unterwegs, du bist auch nicht zu langsam unterwegs. Das Einzige unrealistische ist tatsächlich, wenn du 50 Kilo beladen bist, dass du dann rückwippen kannst wie ein Wilder. Das müssen die noch bearbeiten, aber ansonsten, das Spieltempo fühlt sich ganz gut an tatsächlich. Oder es sieht gut aus, ich habe es nicht gespielt. Es sieht gut aus. So, die Waffenmodelle sind ebenfalls gut. Die Waffen sehen schön aus, schön modelliert, kann ich mir auch nicht beschweren. Es gibt viele Waffen-Mods tatsächlich. Ich glaube, es gibt acht Waffen und viele Mods, was ich bis jetzt gesehen habe. Die Lichteffekte sind gut, auch vor allem, wenn du im Haus bist und nach draußen schaust. Schöne, detaillierte Umgebung in den Städten und Dörfern. Der Ingame-Voip ist echt clean. Also das hört sich an, als würdest du im Discord quatschen. Also das haben die echt gut gemacht. Die Animationen sind tatsächlich gut, also die First-Person-Animationen wie Essen, Trinken und Medizin. Das sieht auch sehr gut aus wie bei EFT. Die Extraction sieht natürlich sehr spannend aus. Die Sache bei Greyzone Warfare ist, dass es eine Map ist und das ist ein Server. Und wenn du extrahierst, bleibst du natürlich auf der Map. Du wirst halt nur weggeflogen vom Helikopter und das sieht halt ziemlich cool aus. Es ist natürlich spielerisch ein bisschen schwierig, weil du abgecampt werden kannst. Daran müssen die noch arbeiten, aber auf dem Papier ist es eigentlich ziemlich geil. Die Welt fühlt sich lebendig an. Was ich gehört habe von Streamern ist, das Network soll gut sein. Aber das können wir jetzt nicht so sagen, weil ich denke mal, wenn 10.000 Leute das Spiel spielen, fühlt es sich schon mal ein bisschen anders an. Denke mal, das wird noch ein bisschen schlechter werden. Den MMO-Aspekt von Greyzone Warfare finde ich ganz geil. Du hast halt drei Fraktionen pro 16, also eine Fraktion hat 16 Spieler. Also 16 gegen 16 gegen 16. Und das ist echt ziemlich geil. Du hast eine große Map und du siehst deine ganzen Teammates verteilt auf der Map. Also das fühlt sich lebendig an. Und das finde ich geil. Das haben die gut gemacht. Die Ego-Perspektive ist auch ziemlich gut. Die Waffe scheint nicht zu groß im Spiel zu sein. Die Waffe ist aber auch nicht zu klein und die nervt auch nicht mitten im Bild. Also die Ego-Perspektive ist auch ganz nice gemacht. Die Umgebung natürlich ist auch fantastisch. Mit der Grafik kann man nicht meckern. Und auch eine geile Sache bei Greyzone Warfare ist, dass du Extraction-Punkte freischalten kannst. Du hast anfangs, glaube ich, drei Stück, die offen sind. Und wenn du die Map erkundest, kannst du neue Extractionspunkte freischalten. Und die bleiben auch für immer. Das heißt, du kannst halt zum Beispiel, wenn du weiter in die Mitte kommst und was Neues freischaltest, kannst du zurück deine Base nochmal aufstocken, nochmal ein Eventar leeren und wieder zurück hingehen, wo du warst. Was ihr auch mitbekommen habt, ist, dass Greyzone Warfare schon ein paar Updates bekommen hat. Die sind da recht flott tatsächlich. Also die haben schon einige gute Fixes rausgebracht. So aktuell könnt ihr nur Streamer spielen oder Freunde von Streamern, die eingeladen werden. Aber ich denke mal, das Spiel wird ein paar Monate rauskommen. Ich denke mal eher so im Sommer. Also wenn die noch ein bisschen daran arbeiten, dann wird es eigentlich ganz gut. Und ich freue mich. Das wird ein geiles Spiel. Es wird auch ein großes Spiel. Die haben noch viel Arbeit vor sich. Und ich bin gespannt. Und ich freue mich auf den Release von Greyzone Warfare. Und damit ist das Video vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns live auf twitch.tv. Immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Und tschüss.